Hinter jedem Käpt'n mit funkelnden Augen und einem rauschenden Bart steht ne Crew aus seewährigen Schocken. Ja sicher, einige von euch sind so hässlich wie ne Seegurke. Hört auf, ich werd noch ganz rot. Oder sehen mehr aus wie ein Stuhl oder eine Garderobe als ein Pirat. Und einige sind nur ein Fisch, dem ich einen Hut aufgesetzt hab. Aber ihr seid die beste Crew, die sich ein Käpt'n wünscht.